Das ist wahr. Doch wenn die Wurzelkaiserin diese Kluft nicht mehr verlassen wird, dann werdet doch ihr es schwer haben, zu jenem zu kommen, von dem ihr soeben spracht. Ein neues Entropäum. Ich sagte bereits, dass ihr eingearbeitet werdet. Dies ist eines von vielen Kriegsschiffen von Paligaren. Eines von vielen. Ich werde noch später Spaß mit euch haben. Ich werde Guljugor sagen, er soll euch in die Zellen sperren. Ihr werdet später die Schläuche bekommen. Natürlich. Wir sind eurer nicht würdig. Ich verstehe. Ich werde noch mit den anderen sprechen. Wir sehen uns später. Und während er von Dunnen schwebt, könnt ihr sehen, wie weitere Eichenausformungen getätigt werden und euch die Eichenkäfer durch die hölzernen Umgebungen des Schiffs ziehen. Einige Astlöcher, die geöffnet werden, die Käfer, die euch greifen und an diesem Schlick, in diesem Gel, in diesem Morass dann durch das Schiff ziehen. Haben wir vorher wenigstens die Nähe gekappt? Zu einem großen Teil. Ich würde sagen, die ersten 60 Prozent, ja. Weil solche Herausforderungen sind teuer. Sind sie. Da, wir sind ja auch wertvoll. Ich bin zufrieden. Ich bin größtenteils zufrieden, dass ich nicht gerade in einem weiches, sehr starre Wasser hänge, aber ich bin zufrieden. Und während ihr hackt, auf der anderen Seite, könnt ihr dann eine Balustrade hineinschlagen und blickt auf das dicke, aufgequollene Gesicht von einem Krakon. Ja, er ist massiv, er ist groß und gewaltig und blickt euch dann an. Teilweise öffnen sich auch weitere Astlöcher, Guglöcher, durch die ihr ihn dann betrachten könntet. Allerdings ist er noch nicht genau in der Reichweite von Rafims Risiker, von seiner Waffe. Aber in mir, du kannst ihn ebenso erkennen, Mira knurrt ihn an und er betrachtet euch in seiner fetten Feistigkeit. Ich bin nicht so dumm wie Kapitän Rathgard. Wer bist du? Und wo sind meine Gefährten? Ich bin Ghul Yugor, der Herr, aber die Unterwasserstadt von Yuk-Zhul. Der Herr, der Wurzelkaiserin. Gebt meine Gefährten frei oder sterbe. Stirb. Ho, 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 Mabugi. In meinem Schiff sagst du mir nicht, was ich tun soll. Ich würde weiter auf diese Wand einhacken. Ich weiß nicht, hat es bis jetzt unten eine Auswirkung gehabt? Du bist der Meinung, nein. Also du siehst, wie immer weiteres Holz nachgeschoben wird, wie Archenkäfer dann teilweise auch versuchen, mit Harz nachzustopfen. Auch wenn Rafim sie mit einigen Fäustschlägen dann auch zerquetschen kann. Aber im Prinzip, du weißt, dass du den Herr, der Arche, quasi nicht besiegen kannst, solange er als Steuermann die Arche weiter kontrolliert und Handlungspunkte zur Verfügung hat, weiteres Holz geformt wird. Es wird einfach aus anderen Gängen abgezweigt und irgendwie nachgebessert. Also du kannst nicht so sehr schnell schlagen und hacken, es sei denn, du hast natürlich Yamish Agfam. Aber mit diesen stumpfen Waffen ist das quasi nicht gegeben. Verdammt. Mabuki, ergebt euch und werdet eingegliedert. Die Nieren sind beschädigt. Eure Freunde sind daran schuld. Niemals. Euer Schicksal ist besiegelt. Oh, oh, oh. Habe ich eine klare Sichtlinie auf ihm? Mh, ja. Er tut was nochmals. Pass auf, er ist kurz darauf, was nochmals zu tun. Ich bin nicht sicher. Verdammt. Ich weiß nicht. Do it. Egal, was für ein Zauber du gerade ziehen wolltest. Do it. Ich würde ein All-In aktuellen, irgendwie, irgendwie, der, 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 die Wasser sah raus jetzt aus dieser Grotte, oder? Das Wasser aus der aktuellen, ja, ja, das Wasser ist raus. Und er steht auf der anderen Seite von der Grotte, oder? Er steht auf der anderen Seite von einem, äh, etwas größeren Guckloch, was er jetzt für euch geformt hat. Und da kann er jedenfalls kein Wasser sein, oder? Wenn er durchgucken kann. Genau. Dann würde ich in den Inifaxe so wieder ansetzen. All-In. Mit allen 14, äh, 13. Wie viel Aspreys hast du noch? 30. Okay. Ist eher elementares Feuer, um gegen Wasserwesen, wo der war. Normaler Inifaxe ist oder irgendeine Modifikation. Ein enger Strahl, wenn schon. Wenn schon. Ne, dann schon das Recht ein enger Strahl, das Erleuchte plus 3. Du siehst auch, äh, hebst du die Hand und deutet es auf ihn? Ähm, ich muss ja die rechte Hand eben, okay, genau. Ja, wie in einem Spiegel, als würdest du durch dieses Guckloch in einen Spiegel blicken, kannst du erkennen, wie er es dir gleich tut und seinen Arm hebt. Verdammt. Kann ich eine Intuitionsprobleme haben, irgendwie sowas? Keine Ahnung. Ne, du hast gerade zu einem Ignifaxius All-In eingesetzt. Ah, alles klar. Dann, äh, ja. Er hat Zauberkontrolle, er kann ohne Probe bis zur letzten Aktion abbrechen. Möchtest du abbrechen? Ich muss natürlich abbrechen und nachher abdrucken. Wenn ich sehe, was er macht, natürlich, bin ich dumm. Ja. Ausweichen oder keine Ahnung? Nö, dann alles gut, du hast abgebrochen. Also du hast angesetzt, der Igni und dann springst du zur Seite. Du kannst sehen, äh, er verzieht seinen riesigen, äh, seinen Froschmaul und du kannst die Zähne dahinter sehen, äh, aus dem es irgendwie schwarz geifern tropft. Ergebt euch dem Schicksal. Ihr könnt mit einem Steuermann der Wurzelkaiserin es nicht aufnehmen. Ich habe andere vor euch besiegt. Ja, ich würde, ähm, ihm mal die Hand auf die Schulter legen. Erbel mir dirb, anstatt dich zu ergeben. Ergeben ist keine, keine Option. Ja, und ich würde weiter in die Wand hauen, ob das jetzt Sinn hat oder nicht. Habt ihr eine Geweihte unter euch? Einen Geweihten? Oh. Riese. Du dienst Kraakon. Beschäftige ihn. Flüsse ich auf ihm zu. Ja, was wollt ihr? Wir brauchen ein letztes Opfer. Na ja, eure Kehle ist doch da. Äh. Die Kinder von Kraakon sind zu ungeduldig. Ihr macht sei. Er verschließt vor dir wieder das Loch und du kannst sehen, wie aus den Astlöchern unter euch, wo das Wasser abgeflossen ist, wieder Wasser nach oben steigt. Ihr langweilt mich. Das Wasser steigt. Also die Wand ist hier vollkommen geschlossen. Die Wand ist wieder geschlossen. Dann würde ich auf dieser Wand anfassen und einen Brennetoterstoff in der Flammenglutvariante wirken lassen. Okay. Was macht der Brennetotestoff? Nun, er sitzt jegliche Materialien in Brand. Drachtenblut zählt zum heißesten Feuern und ja, er sollte sich eigentlich durch diese Wand wenigsturchbrennen. Mhm. Gegen, gegen unbelebte Materie. Ja, ja. Äh. Es ging alles. Ging alles. Oder genau gegen die Rüstung. Sauerbarung? Drei Aktion. Drei Aktion. Drei Aktion. Ich lasse mal die Zeit, also sechs Aktionen, plus fünf für die Dachtenblut, minus vier, viel Zeit lassen, also ein plus 1er. Mhm. Sieht gut aus. Dann brennst du an, wie groß ist noch hinein? Wirkt, glaube ich, auf meiner Hand, auf meiner Handgröße, äh, oder Sekunde, Reichweite ist Berührung und die Größe ist... Ein Gegenstand. Ähm, Material im Bereich der Rechtspanngröße, in etwa ein Rechtspanngröße, genau. Ein Rechtspann, das ist, glaube ich, 20 cm, richtig? Ja, 20 x 20. Da passt du dann nicht durch. Ja gut, aber das brennt sich ja aus. Der Stoff brennt ja trotzdem, also brennt ja weiter. Ja, okay, gut. Alles klar, und wird nicht durch das Wasser gelöscht. Äh, bis, bis die Zauberdauer endet. Dann ist es ein ganz normales Feuer. Und wie auch, äh, zeugt nur jede, jede, Kampfrunde, ZB, Habe, W6 TP. Mhm. W6 TP, okay, gut. Dann, äh, kannst du auf alle Fälle sehen, wie du es deiner Hand ansetzt? Das, äh, das Drachenfeuer, was schwarzlodernd, äh, aus deiner Hand hervorbricht, äh, die Wand entzündet, während um dich herum schwarzes Brackwasser dir entgegen flutet. Und, äh, ja, die anderen auch eben angehoben werden durch das, durch das Wasser in der Maulkrotte jetzt. Ein Loch wird vor dir aufgebrannt und das Wasser wird ein bisschen dran vorbeiströmen, ähm, schwarzölig. Und, äh, es, es breitet sich ja ein bisschen aus. Hat es die elementare, äh, komponente Feuer, ja, okay. Genau. Gibt es auch als dämonischer Marvel, mir kann die coolen Zauber natürlich nicht. Du kannst auf der anderen Seite wieder, äh, Ghul Yugor kennen, äh, und er, äh, öffnet wieder seinen, seinen Mund lächelnd, ähm. Die Pforte zu Agri-Mod wurde aufgestoßen. Du weißt, dass das nichts bringt. Vargos. Wir kämpfen bis zum Ende. Gut. Dann betritt den Kreis. Ich bin kein Partierer wie ihr Ding. Er meinte wohl was anderes und du kannst sehen, wie weitere Wurzeln und Zweige jetzt aus der Maulkrotte in alle Richtungen, ähm, ja, wachsen und nach Rafim greifen, nach dir greifen, äh, nach Aviander, Hüvila und Saphira. Ihr werdet gegriffen von den Astwurzeln, die sich um euch schlägen, um euren Bauch und euch dann gerne transportieren möchten. Naja, ich möchte mich natürlich wehren. Ist natürlich, äh, gegeben, du kannst die ersten drei, vier Wurzeln durchschlagen, aber du siehst, wie weitere nach dir wachsen und gieren. Ja, und das ändert nichts daran. Ja. Ähm, derweil, ja, Hüvila wird gegriffen und nach oben gezogen, Aviander wohl zu einer anderen Richtung und Saphira verschwindet dann ebenso durch ein Loch. Abelmir wird durch das Loch, das du eben gebrannt hast, hindurchgezogen. Ähm, es tut unglaublich weh, als dein, deine Knochen vor allem am Schulternbereich brechen und du dann auf der anderen Seite deines eben gebrannten Loches, äh, im Steuerraum stehst. Neben einem gewaltigen Krakonier Guljugor, dem Heer über die Unterwasserstaat von Jukzul. Du kannst erkennen, wie er wohl in einem Archenpfuhl, ähm, steht. Vielleicht ist das der Steuerbaum, du bist dir nicht ganz sicher, es ist ein riesiger Algenpfuhl. Du bist dir nicht ganz sicher, wie groß er ist, vielleicht acht Schritte. Es gibt keinen richtigen Steuerbaum, aber das wird wohl die Verbindung sein. Und neben dir kannst du andere, äh, Krakonier erkennen, die so etwas wie Priester sind, mit Krokodilschädeln, Maru-Schädeln aufgespießt, ähm, mit, äh, kleinen Edelsteinchen in der Hand, die dich neugierig betrachten. Und einen weiteren Magier, der in seiner, äh, Robe dort steht, Morudal, der Zauberkönig von Varyat. Ich vermute, ich kann mich nicht großartig bewegen, weil ich werde gezogen, also... Du wurdest eben durch die, äh, Schlingpflanzen gezogen, du bekommst drei Wunden in deinem, äh, beliebigen Arm, kannst du dir aussuchen, rechts oder links, und, ähm, bleibst dann in diesem Steuerraum stehen. Im hinteren Teil der Arche um dich herum, wie gesagt, jetzt einmal ein Krakonier-Priester, Guljugor, und ein merkwürdiger Magier. Du kannst weitere Krakonier erkennen, die dich, ähm, betrachten, die sind wohl einfache Piratenbesatzungen, also nicht mit Speeren ausgerüstet wie die Moluren eben, sondern, ähm, einfach froschartig. Die dich jetzt keckernd, äh, betrachten, alles ist ruhig, und, äh, du stehst da, äh, kannst dir deinen Arm halten und, äh, die Szenerie betrachten. Wer bist du? Ich deute mal den Rechtnamen, der Link ist abends gebrochen, äh, zeige mir den Rechtnamen auf diesen Zauberer. Ihr würdet mich Morder nennen. Ich stellte mich eben deinen Kameraden vor, dem Träger von Yamash-Aquam. Ihr seid der Träger von Yamash-Aquam? Nein. Der ehemalige Träger, Yalan. Ich sprach eben mit ihm. Und? Ihr seid an Bord, Magus. Das ist richtig. Was? Und ihr kennt mich. Kenne ich ihn wirklich? Sagt mir den Namen irgendwas, Morder? Also, es gibt die Schauer-Geschichten, äh, die du neulich erst im aventurischen Boot, vor allem in der Brabacke-Postille, äh, gelesen hattest. Äh, da sprach man zumindest von so etwas wie einem Zauberkönig Morder. Aber die Geschichten sind natürlich, äh, Kinder, Kindermärchen, die man erzählt, damit die Kinder, äh, wenn sie nicht ins Bett gehen wollen, äh, von, von dem bösen Zauberkönig geholt werden. Also, sind die Geschichten über euch wahr? Schon immer. Was glaubt ihr? Dass ihr die Wurzelkaiserin betretet, einen nach dem anderen tötet und dann wieder von dannen zieht? Was war der Plan? Nun, es ist schon einmal gelungen, eine Arche zu vernichten, eine größere. Die Gezeiten, Spinne. Was wollt ihr von uns? Von euch? Ihr seid in mein Schiff eingedrungen, nicht umgekehrt. Aber, Jalan wird die schrecklichsten Qualen der Niederhöhlen erleiden, wenn er in die Pforte von Charybdorot gestoßen wird. Nun, das wollen wir doch vermeiden. Zu spät. Der Rest von euch wird als Niere dienen, im Anthropäum. Immerhin habt ihr sie vernichtet. Und eure Geweihten werden benutzt, um Schallwind zu wecken. Es ist mir ein inneres Bedürfnis, sie zu quälen. Ich probiere mich mal, wenn es geht, keine Ahnung, ob es geht, mich vor aus diesen Ranken zu winden, um wieder frei stehen zu können. Ja, du siehst, dass sie sich wohl nicht von dir bedroht fühlen. Also, wie gesagt, dein Arm, deine Schulter ist jetzt komplett gebrochen. Einfach dadurch, dass du jetzt durch dieses kleine, feine Astloch gezogen worden bist. Und sie scheinen überhaupt nicht von dir eine Bedrohung wahrzunehmen. Du spürst auch diese Macht, die von Morudal, von Mordor ausgeht. Du spürst die Macht, die von Gul-Yu-Gor ausgeht. Und du bist ja nicht ganz sicher, was dieser Galkusul, der Krakonia-Priester, da für eine Macht hat. Du würdest sie nicht als Zauberer einordnen, sondern eher als, ja, Kristallomanten? Ich bewirke eine, ich löse meine linke Arm schien aus, obwohl mein Arm gebrochen ist, kann ich ja trotzdem die auslösen. Ja, klar. Ist in Verbindung mit deinem Körper. Und dann würde ich einen Frontalangriff auf diesen Zauberer starten. Okay. Du hast aktuell eine Entfernung von ihm von fünf Metern? Ach, ich dachte in einem Mittagsschieb. Also hier, ist jetzt halt die Frage, willst du Gul-Yu-Gor angreifen? Gul-Yu-Gor, er ist das Herz der Arche. Genau, der Steuermann. Dann müsstest du durch den Pfuhl durchschreiten, wie gesagt, so ein Algenteppich oder so Seerosen und du hast zu ihm, würdest du sagen, sechs Meter. Ich würde ja angreifen, total irgendwie. Ja, dann kannst du Aktion und Position und ich würfel für ihn, ja, machen wir eine Initiative. Er ist auf alle Fälle nicht so gut dabei. Er hat eine Initiative von elf. Ich habe eine von zwanzig. Dann darfst du als erstes handeln. Geht das wechseln. Ich führe normal mein Säbel mit dem rechten gebrochen. Dann falsche. Ja, wenn du jetzt die Hand ausgesucht hast. Falsche Hand. Ich würde sozusagen wechseln meine linke Hand den Säbel und mit der linken Hand angreifen. Ich glaube, die Erschwernisse für Falschstand sind plus drei, oder? Entweder drei oder sechs. Lass mich nachsehen. Höher, also die werden auf jeden Fall hast du linker Hand? Nein. Mit Arbeit in der Kampf 1 sind sie drei, drei. Ohne linker Hand sind sie neun. Autsch. Gut, man durch durch eine Abschiene steigt meine Attacke um 10. Ach, meine Indie statt übrigens auch um 10, aber nicht das zur Absicht. Also ich bin bei 30. Okay, Mordor ist auch bei 30. Wie würdest du jetzt entschieden dann? Später gesagt, du darfst zuerst. Gar nicht, gar nicht. Die Grundinitiative, deine Grundinitiative ist bei? Oh Gott. Was hast du geworfen? Eine 5. Ja. Dann ist die irgendwo bei, was hat er wahrscheinlich, 25? 25, 15, ja, aber die ist ja schon, ist ja nicht bei einer Basis-Initiative, meinst du jetzt? Ja, deine Basis-Initiative? Meine Basis-Initiative liegt meines Erachtens nach bei 15, das ist richtig. Ja, seine liegt bei 26. Gott, er ist dran. Ja, er lässt dich vorziehen. Er möchte sehen, was du tust. Also, ich habe mir eine Schwereswand von 9, 10, also ich habe eine Erleichterung von 1 und würde ein, während der Attack von 19 und würde einen Wurtschlag 10 ansetzen. Okay. Ich trage auf die 9. Nein, nicht geschafft. Verdammt. Okay, dann kommen Serpentales. Ich muss gerade mal schauen. Der macht Arme. Ja, der macht vor allem, wie viele Arme und wie hoch der Schaden von den Serpentales Schlangenarm ist. Ich gucke das gerade mal. Der Serpentales, deswegen findest du es vermutlich gerade nicht. Ja, in Barmutsruf steht da auch. ZFP-Stern halbe Arme, mindestens zwei. Also, es hängt davon ab, wie viel der würfelt. Und die haben dann in die Basis von ZFP-Stern und Attacke ebenfalls von ZFP-Stern, können nicht parieren. Haben Rüstungsschutz von 3 und 10 LEP pro Stück. Ja, in der Weile, glaube ich, oder? Also, er hat dauert fünf Aktionen. Also seine... Er ist Freizauberer, das ist das Problem. Acht Arme sind 8, 4, 6 plus 3 jeweils. Die reichen aber bloß in ganz irgendeiner Nähe, oder? A-N-S. Also, etwa zwei Schritt weit. Aha, okay. Dann stellt... Also, du hast einen Sturmangriff gegen Guljogor gemacht. Genau. Dann kommt er von hinten an den Schlangenpool heran und würde dann... Das sind drei Meter. Ja, komm. Also, die wird auf alle Fälle von hinten dann an dich heran mit den Schlangenarmen. Also, das sollte er schaffen. Du hast es nicht geschafft. Dann kommen jetzt 8, 6 plus 3 jeweils. 1, 2, 3. Und dadurch, dass es 8 sind, 8 mal 3 sind... 24. Kommt CSW auf die Trefferpunkte ein, ob er durch die Rüstung kommt und dann wird ausgewürfelt, ob er ein Gift wirkt? Stimmt. Ist richtig, weil es alles ach, einzelne Angriffe sind. Das ist die Frage, wohin hat viel. Ja, er zielt halt einfach ungezielt in deinem Rücken. Also, würde ich dann sagen, du kannst natürlich jeweils immer die Einzelnen, die die Rüstung abziehen. Der erste... Ja, aus der von 4 auf dem Rücken. Okay, der erste sind 5, 5, 4, 8... Kurze Frage zur Freizauberei. Wird nicht mit einem W20 bestimmt, wie viel ZFP er über hat? Also, der provisorische W20, auf dem der 2 liegt, hätte er dann nicht nur 2 ZFP über und gar nicht 8 Arme? Vor allem, wenn er 8 Arme hat, hat er 16 ZFP für Sternen. Das heißt, er würde nur auf die 16 angreifen. Ähm, nee, er hat automatisch seine 26 Sternchen. Achso. Okay, gut. Dämonen prüfen ihren ZFW auf einen W20 und behalten ihre unterwürfelten Sternchen als Sternchen über. So machen das Elementare auch. Ihre unterwürfelten? Ja, sie würfeln und wenn sie unter ihrem Wert sind, dürfen sie alle Punkte, die sie darunter gewürfelt haben, übrig behalten. Also, nehmen wir an, die 2 ist der Wert für den Zauber? Dann ja. Das macht es nicht besser, aber wir haben getan, dass wir konnten. Ich weiß nicht, ob das bei Freizauberein so ist. Ich sage nur, wie es bei Dämonen ist. Ich Freizauberei 1 und 9. Das bekommst du eigentlich gar nicht mit anfangen. Sag einfach, okay, er hat Schlangen. Ja, wie gesagt, er hat Schlangenarme, er interessiert sich auch nicht für sowas wie Zauerdauern oder sowas, weil das ist ja schön bei Freizauberei. Ja komm, es ist halt Bullshit, da brauchen wir auch nicht dran rumrechnen, das wird nicht schön von hier aus. Okay, also, du hast einen Rüstungsschutz von? Zählt jetzt der Schildarm oder vier? Haben wir Gesamtrüstungsschutz? Machen wir Gesamtrüstungsschutz? Von drei. Drei, alles klar. Dann, er hat einen 1W6 plus 3, das heißt, wir ziehen die drei auf jedem Würfel ab, können wir eigentlich genauso die 26 nehmen, weil anstatt den 5 auf dem ersten Wurf kommen wir zwei durch, nochmal zwei, nochmal einer, also es kommen 26 TP in der ersten Kampagrunde durch. Dann bin ich bei einem LDP und bin wahrscheinlich handlungsfähig. Wenn du eisern bist, kannst du weiterhandeln. Oder du selbst mehr auch schon plus 12 schaffst. Also ich bin habe eisern, dann kannst du weiterkämpfen. Halt dich nicht für Schloh-Ideen erleben. Er bekommt noch gift. Und zwar einmalig, Stufe 7, ein SPA, okay, auch pro Kampagrunde, 4 ZFP stellen Kampfrunden, und der für die zwei Punkte gewandt hat, Körperkraft, Konstitution, Attacke, Parade. Für einen Tag. Bei null LEP, durch das Gift und ja, nicht sehr unmächtig. Genau. Du darfst die Kunst gegen die 7 versuchen. Das kannst du auf alle Fälle machen. Hier steht nicht, dass du bei Resistenz irgendwas nimmst. Also normalerweise sind zwei Werte angegeben, aber hier steht nur ein, ich glaube, aber das bedeutet, Konsti, wie rettet dich? Du siehst, wie, nein, du spürst, wie dich zahlreiche heiße Bisse von verschiedenen Seiten packen und nachdem du durch den Algenpfugel gestolpert bist auf den riesigen Ghoul-Jugor hinzu, merkst du dann, wie du vor ihm ohnmächtig zu Boden sinkst. Ja, Ich glaube, wie gut. Und da,